Deutschland fällt zurück im ZEW-Standort-Ranking. Laut dem ZEW-Standort-Ranking hat Deutschland keinen guten Standort für Wettbewerbsfähigkeit. Deutschland auf Platz 18, Nordamerika und Westeuropa unter den ersten drei Plätzen. Für Deutschland ist das ein Feld, in das es nicht gehört. Ein Ranking aus den Einzelkategorien Steuern, Arbeit, Regulierung, Finanzierung, Infrastruktur und Energie. Die Einzelkategorie Arbeit beinhaltet Arbeitskosten und Produktivität. Den besten Platz legt Deutschland in der Einzelkategorie Finanzierung ab. Beim Fachkräftemangel wird nun mit einer hohen Finanzierung vom Staat geplant. Grafik und Thema im Handelsblatt am 16.01.2023 Untertitelung des ZDF, 2020